Man arbeitet irgendwo sein ganzes Leben, um da dabei zu sein und jetzt sind jetzt die dritten Spiele und ich bin erst 28, vielleicht gehen sich nur die vierten aus. Es ist immer wieder was besonderes. Die Ziele sind eigentlich bei jedem Wettkampf hochgesteckt und natürlich auch bei den Spielen, die nach vier Jahren einen großen Abschluss einer weiteren Olympiade bildet. Bei uns ist es so, dass zehn Nationen eigentlich oder zehn Teams und Medaillen kämpfen und da drin sind wir auch dabei. Also ich würde uns jetzt nicht zum Favoriten zählen, aber wir haben eine Chance auf eine Medaille und natürlich geben wir alles.